Ein fehlgeschlagenes DNA-Experiment mit Pflanzen hat die Welt für immer verändert. Nach der Zerstörung des Mondes hat sich die intelligente und aggressive Pflanzenwelt auf der Erde ausgebreitet und die menschliche Zivilisation zerstört. Die Menschen, die übrig geblieben sind, kämpfen ums Überleben, während sie in einer unruhigen Waffenstillstand mit dem ruhelosen Wald aufrechterhalten. Eines Tages stößt ein Dorfbewohner namens Agito auf eine im Tiefwald versteckte Stasis-Einheit und erweckt ein sehr süßes Mädchen aus der Vergangenheit. Nachdem Tula die letzten 300 Jahre geschlafen hat, betritt sie eine ganz andere und seltsame Welt. Der Film Origin Spirits of the Path wird voraussichtlich ab dem 17. November auf Crunchyroll veröffentlicht. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Updates zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!